Unter Gaming-Sucht versteht man das exzessive Spielen von Videospielen, sei es am Handy, auf der Konsole oder am Computer. Die meist männlichen Betroffenen spielen so exzessiv, dass andere Lebensbereiche darunter leiden, zum Beispiel die Freizeitgestaltung oder Schule und Arbeit. Wenn Sie zu mir in die Therapie kommen, lernen Sie in der Gruppe weniger zu spielen und das Medium wieder freudvoll nutzen zu können.